Nach dem letzten Video zu meinen Salamandern wurde ich gefragt, welche ich denn noch halte zu meinen Marmor-Querzahn-Mollchen und das sind einmal die Feuersalamander. Da habe ich einmal, der ist jetzt ganz schön flink, da habe ich einmal hier das Weibchen, die Mama und einmal das Baby vom letzten Jahr. Der Größenunterschied ist schon ein bisschen größer. Ja, das sind die Süßen, ich habe viele, viele verschiedene Arten, zum Beispiel habe ich hier auch Orangene. Schaut auf jeden Fall bei meiner Instagram-Seite mal vorbei für mehr solche Amphibien.